So, Willkommen! Ich spiele jetzt Press X To Not Die. To Not Die. Eigentlich, ja. Eigentlich mache ich keine Let's Plays, so wirklich. Aber naja, ich versuch's einmal. So, neues Spiel. Leicht. Ich will langsamen. Ja. Naja, ich bin den... Stopp, pass, es geht gleich los. Dude, everyone is going crazy. Everyone in town is just attacking everybody. It's like that shitty M. Night Shyamalan movie. Jetzt musst du's aus suchen, schau. Ähm... Yes, exactly. God, that was a shitty movie. Never mind all that. Okay, I figured it out. Now this is important. The secret to survival is... Press X To Not Die. Oh my god, Matt! Matt? I didn't. I didn't. I didn't. I didn't pass that whole time. Huh? Matt! 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 Oh my god, I gotta call Cristina. Hello? Oh my god. Was it a Twilight fan? I told him not to join Team Jacob. I told him antagonizing Team Edward was putting his life on the line. Hello? Cristina? No reception? Seriously? What's with this icon? I've gotta go get her. Oh man, what do I do? Oh man, what do I do? I'm trying to get a sign off. So, I'm trying to put it in the slot. I'm trying to get a sign off of the monster. Oh, here it is. Ah! 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 Tch! Hey! Nicht so gut! Nicht so gut! Nicht so gut! They're awesome these days, aren't they? See ya! Hey! Wait! Awww! Man! A flight would have been useful right about now. Ahhh! Ahhh! Ohh! Ah! Na ha ha Mach einmal versuchen Schnell, schnell, schnell Oh ja, nicht geschafft Was tun wir hier? Du musst schauen was kommt und dann schnell zurück Was ist das? Kristina? 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 Du musst aufpassen Jetzt kommt sicher was anderes jetzt, schau Kristina? Schnell Ja Nein, ich hoffe ich nicht so schnell gedrückt Das ist schon schwer Das ist schon schwer Du darfst nicht das falsche drücken Du musst gleich so richtig drücken Ich habe das Spiel auch schwer gespielt Ich habe gesagt das ist nicht zu leicht Ja ich hasse den Torstick Oben, ganz oben Endlich Und das ist freezing Ich denke nicht, das ist es. Es ist die ganze Stadt. Alle sind verrückt. Wie... das... das M. Night Shymalion Film? Exakt. Gott, das war ein M. Night Shymalion Film. Auf jeden Fall, es ist wirklich gefährlich draußen. Ich bin nur drei Mal hier. Und dann hat dein Freund mich nur drei Mal hier. Wauw, das ist großartig. Ich gehe jetzt einen Schauern. Auf mich. Aber... aber... Ja, ja, du bist nur drei Mal hier. Einfach die Tür. Ich weiß nicht mehr, was du schon? Mhm. Orchester? Mhm. Das weiß ich schon. Bäh! Ich hasse Clowns. Na. Clownwash. Tch. Das gibt's nicht. Das war's the best use of my time. Alright, so what's the plan? I think we should get out of town. Okay, how are we gonna do that? They have a car back at my place. Well, why don't you drive it here then? Yeah. Okay, well let's go get it. Äh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh yeah Shit Farsch Falsch Falsch What the hell? Yeah, well, you're not very good at it I snar, I'm drückt I trottle Au Sorry, yeah, I've noticed that too Do you think there are other people like us? People who are okay? Why does everyone keep attacking me? Why does everyone keep attacking me? I'm dead No, I'm dead I'm dead, thank you I'm dead 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 What's up? Was ist das? Ich weiß nicht. Nein, bitte nicht! Rechts und B. Zu spät. Jetzt wird's totgenagelt. Ich kenne den Joystick nicht. Rechts und B. Das ist das Problem. Na ja, trotzdem. A, B, X, Y. Jetzt schafft er. B ist rechts, weiß ich schon. B habe ich richtig... Es wird aber sicher anders jetzt sein. Ja. Ich habe A drückt statt X. A habe ich drückt statt X. Bleib auf A, dann bist du schon mal auf A. Dann kannst du nur X oder B drücken, links oder rechts. Verstehst du, was ich meine? Nein. Bleib mit dem Finger auf A. X ist links und B ist rechts. Dann brauchst du nur mehr rüberfahren. Das ist leichter. Außer es kommt A. Dann musst du einfach nur drücken. Öfff. Du sprichst. Du sprichst. Oh. Haja. Haja. Ha-ha. Jetzt kommt sie hier wieder auf. Do you want to try that again? Are you okay? Yeah. You know Kung Fu? Apparently. Come on, let's go. I don't like this. Okay, Mick. Come on, Mick. What's up? Beep, 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 beep. Whoa. Christina. Whoa. Come on. Uh. Sorry. Okay. Aber jetzt. Ja, nicht wahr? Bitte nicht, Eichs! Jetzt ist doch der Scherzig runtergefahren, oder? Ja! Nochmal. Abi. Zu langsam. Ich hasse es. Ich hasse es. Jetzt musst du immer zwei drücken. Ich hasse diesen Joystick. Vorbereiten. Jetzt. Haha. Was ist das? Oh, yeah. Be careful, son. You might hurt someone with that. How did you do that? Same way you do it. I pressed X. How do you know about that? It's the way it was supposed to be. So you know what's going on. I do. Do it again with your chocolate, like me, until you eat a bit of chocolate. I love 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 chocolate. Vielen Dank. I know, right? Yeah, but the drug doesn't work on everyone. In fact, most people have drives mad. We found that only so-called gamers could handle the rewiring. Only gamers could understand being able to perform karate or reload their rifle being as simple as pressing a button. Everyone else just went crazy. Man. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know if something went wrong or if someone intended for this to happen, all I can do is try to help. Here, take my keys. My car is in the parking lot. You can use it to escape. Aren't you coming with us? I don't know. I don't seek escape. I only seek Atonement. Here. Take a weapon. It's dangerous outside. I don't know. I don't want to take a weapon. Ich hoffe das wieder nicht zu drücken. Nein, 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 bitte nicht. Ich hasse Glanz. Mit dem Finger musst du immer auf A bleiben. Immer auf A bleiben und dann kannst du schneller auswählen für die anderen drei. Jetzt. Ah. Jetzt. Ein Klown? Warum muss es sein Klown? Naah. Oh, ich muss mich selber reagieren. Warte. B. B, B, B. Y. Links. Bleib mit dem Finger. Daumen, A und A. X. Für die Richtungstasten darfst du gar nicht mehr schauen. Das muss automatisch gehen. Ja, dann geht noch. Links. Das ist unterdrückt. Nein. Links. Ich habe links drückt. Ich habe links drückt. Das kommt jetzt aus. Das ist passiert. Das ist andere. Das ist die Kräste. Das kann man nicht mehr schauen. Das ist einfach. Ich weiß. B, rechts. Merkt einmal das Auswendige, das gibt es ja nicht. Bleib mit dem Finger auf die Richtungstasten drauf. Geh an und geht's! Ich bin jetzt los. Ich bin jetzt irgendwann wirklich ganz schnell. Was? Es kommt ja. Bleib mit dem rechten Daumen jetzt auf A drauf und mit dem linken Daumen bleibst du da drauf. Ich bin mit dem linken Daumen. Nein, du bist immer drüber, du schwebst 10 cm drüber. Du hast die Tasten so mit links, rechts, oben, unten gleich machen. Der Richtung ist mir wurscht. Es geht nur um A, B, Y und X. A, B, X, Y. Schnell, schau da hin. Schau nicht auf dem Joystick, schau auf dem offenen Bildschirm. Ja, X ist für mich unten. Schau, Richtungstasten schaffst du auch nicht. Oh ja. Nein, hast du nicht geschafft. X ist rechts oben. X ist links. Ich wollte dich massigieren, schau. Schau, du schaffst das schon, du siehst schon nicht. Da, schau. Einmal noch. Eine Taste muss noch richtig drücken. Boah. B. Das war aber die richtige. B. Ja? Hab ich drücken. B. Ja, aber du hättest nach rechts denken müssen. Schau. Du drückst A. Das drückt. Bleib mit dem scheiß Daumen auf A. Das gibt's nicht. A ist, wenn du drückst unten. Blau ist X. B ist Rot. Ja, ich geb dassel was da. X. B. X. B ist da. B ist da. B ist da. X. Soll ich nicht. Die Richtungstasten hast du auch nicht geschafft. Ich hab rüber gedrückt. Du hast nach oben gedrückt, das hab ich da zugeschaut. Ich schaff's nicht. Bleib mit dem Daumen auf die Finger drauf. Auf die Richtungstasten bleibt zumindest drauf. Drauf bleiben. So, geht's. Wenn du auf einmal mit den Fingern drauf bleibst, geht's. Nicht runtergehen. Ich hab aber weh gedrückt. Hätt auch Ritter machen, wenn du dich verdrückt hast. Drück einfach gegen was, was reinfällt. Jetzt ist's spät, jetzt stirbst du. Nein, ich schaff das nicht. Das gibt's ja nicht. Ich muss das ja... Nein, das muss ich schaffen irgendwie. Das gibt's ja nicht. Wenn du A hörst, kannst du nur so oder so machen. A B. Zu spät. Schau. A X. A X A B. 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 Ja genau. Und X Y und B Y. Aber das willst du nicht haben. Gesehen? Auf einmal geht's, hm? Der Pisch hat was geschehen. Nicht. Nicht. Ja, die Caro spielt einmal die X A B. Die hat noch nie was gespielt. Der blöde Clown. Ich hasse ihn. Ja. Ein Farmville-Player. Ja. Ein Farmville-Player. Ja. Ein Farmville-Player. Na bitte nicht. Noch weiter. Ich stehe nach oben. Ich stehe nach oben. Jetzt hast du ihm deine Kacke hingekommen. Schnell. Ah. Jetzt hab ich's euch gezeigt, wo A ist. Jetzt findest du's nicht. Nein, ich hab's so schnell drückt. Jetzt hat dich das Schmalzbadgeon besiegt. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Jetzt musst du alles nochmal machen. Nein, noch nicht. Schau. Konzentrier dich. Das schaffst du schon. Na, schau was du machst. Jetzt hast du... ...verschissen. Ah. Ah. Ihr habt doch gesagt, bleib mit dem Finger auf dem Steuerkreuz drauf. Haha. Und er stirbt schon wieder. Tch. Ich hasse es. Bleib mit dem linken Daumen auf dem Steuerknüppel drauf. Ich hasse diese... Ich hasse diese... ...und die Richtungstasten immer richtig hast. Tch. Schau. Hör zu langsam. Du musst weiter machen. So was passt. Das gibt's ja nicht. Mach ich ja. Jetzt hast du es. Jetzt hast du es. Und Richtungstasten aufpassen. Und... ...x. Na? Schau. Schau mich an. Schau dich an. X-x-x. Jetzt stirbt schon wieder. Waaah. Ich hasse es. Noch dazu die Karo-Spieler vielleicht. Ja aber ich hasse den Joystick. Aber sie hat halt noch nicht gespielt. Okay das passt dir schon. Ich bin in Joystick nicht gewohnt. Geschafft. So, Richtungstaste und eine Linkstaste. Rechts X. Warum schaust du nach wegen rechts? Hab ich aber! Die Karol wird vergewaltigt. Pass auf, rechts X. Ja! Ciao! Pass auf! Und jetzt? Was soll ich jetzt regnen? Ja, ich püff' nicht. So, jetzt wird die Karol kurz alleine spielen, denn ich muss aufs Klo. Ah, nicht! Lass mich alleine! Bitte nicht! Um Gottes Willen! Du hast einen Freund mit einem Knife-Kitchen. Was ist das? Komm schon, lass uns gehen. Komm schon, lass uns gehen. Komm schon, komm schon! Das ist was... sie... sie... Nevermind. Komm schon, komm schon! Hopp, hopp, zahn! Ich hasse es! Ich mag es gar nicht! Ich mag es gar nicht! Ja, schau! Ich kann es nicht! Ich kann es einfach nicht! Ich bin einfach zu blöd! Ich hab schon gespielt! Oh Gott! Oh Gott! Du wieder! Nein! Bitte Fahrrad, Fahrrad zusammen gespielt! Ja! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich mag nicht mehr! Bitte mach du! Nein, ich hab schon geschwillt auf schwer. Ja, du. Jetzt kommst du. Well, wir haben es aus der Stadt. Es sieht aus, dass wir sicher sind. Für jetzt. Für jetzt. Ich hab auch gedrückt. Run over me with your car. At least you saved me earlier. Although, I think hitting me with your car kind of cancels that out again. And you really didn't peek on your girlfriend in the shower? That's willpower man. Seriously. Das hat durchgespielt. Ja. Die Caro hat einmal ein Spiel durchgespielt. Endlich. Endlich ist fertig. Du darfst dich wieder in deine Peanut Gallery begeben. In meinem unbequemen Sessel. Pass auf, dass du nichts runter mit den... So. Accepta. Habt ihr euch ausgelacht, wie die Caro da vernoopt hat? Verkackt. Aber ordentlich. Aber das war ihr erstes Spiel, was sie alleine gespielt hat. Naja. The Room habe ich auch gespielt gehabt. Ja, The Room, aber... Da musst du ja nicht auf Stress schnell was machen. Aber das werden wir uns immer mal anschauen, oder? Können wir das abbrechen? Ja. Wenn es geht irgendwie... Was suchst du denn? Deinen Schlappen, deinen zweiten. Der muss da irgendwas sein. Egal, du brauchst den kann. So. Ich versuch das jetzt zum abbrechen. Ohja. Ich brauch schon meinen zweiten Schlappen. Der ist unter meinem Sessel. Unter meinem Sessel, da ist er. Genau da. So. Komm, das geht doch... Da. Habe ich ihn... ...geschnappt. Spielt nicht. ...geschnappt. So. Nein, ist verboten. Was? Jetzt spiele ich es nochmal in 1994, aber war das auch? Nein, sicher nicht. Ich schau mal schnell, ob ich noch sein Spiel finde. Ja, bitte. Ich werd das mal beenden. Weil lustig ist, ist schon gewesen. Ja. Und ja, ich hab's geschafft! Juhu! Ja, abspann ich abbrechen. Unglaublich. Dass ich's geschafft hab. Haha. Ah, girls. Ah. Umm. Vielen Dank.